Uns selber als Personen in uns verbessern, wenn wir uns akzeptieren, wie wir sind und auch meinen, dass die anderen das dann tun. Sondern es ist eine einfache Erkenntnis der Natur, der Qualität, die bereits in uns ist. Das heißt, wir müssen es nicht probieren, wir müssen es nicht verbessern und wir können es auch nicht verbessern. Wir haben auf dieser Ebene von etwas tun, die auch keinen Zugang dazu. Also wie kriegen wir das dann hin? Das Schöne ist, wir müssen nichts hinkriegen. Wir müssen einfach nur den Moment, den Moment, als das, schätzen, was er ist. Und nicht frei von allen Ideen, von allen Überlagerungen, von allen Prozepten, von allen Wünschen. Uns dem einfach nur widmen.